Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Aufrekord hier mit mir und Chris Und ihr seht es, es gibt heute ein Counter-Strike Trade-Up Ja, das ist echt, ähm, ich hab echt lange überlegt, ob ich das machen soll Und zwar geht es heute um die AK-47 Neo Revolution, die wollen wir haben Oder ja gesagt, ich wollte die haben Und nicht die Farmer's Warwickage, bitte nicht Und zwar ist das Ganze so, ich hab für die, jeweils für jede Waffe hier 1,80 bezahlt Äh, also kommen wir da so auf 18 Euro circa, das sind ja 10 Waffen Also ich hab 18 Euro für das ganze Trade-Up ausgegeben Und ja, ich kann wie gesagt die Farmer's rausbekommen, die 6 Euro wert ist Oder ich bekomme die AK-47 Neo Revolution raus Und die ist 30 Euro wert Also ich kann hier ordentlich Plus machen, wenn ich tatsächlich die AK bekomme Und ich will die auf jeden Fall haben, weil das ist eine übelst geile Waffe Und ja, nicht wundern, warum ich so scheiße aussehe, es ist schon übelst spät Aber bevor ich jetzt hier lange rumlabere Ich hoffe, ich bekomme die scheiß AK, Mann Alter, weh, ich bekomme die Farmer's, die ist einfach nur 6 Euro wert Ich will unbedingt die AK haben Machen wir das hier, ach ne, nicht anschauen Ähm, machen wir das hier abwechselnd rein Und das ist echt, ähm, das ist das erste Mal, dass ich hier so ein High-Risk, ähm, Trade-Up mache Und das ist jetzt natürlich echt spannend Im letzten Video hat's funktioniert Da hab ich das bekommen, was ich wollte Und ja, ich schreib jetzt einfach mal meinen Namen hier hin Oh, richtig schön, richtig schön geschrieben Ähm, der dicke Lümmel darf wieder nicht fehlen Der hat uns letztes Mal Glück gebracht Und der Der Ist natürlich auch sehr schön Was ist das denn, Alter Ich weiß nicht, ob ich das verdecken soll, oder nicht Ne, ich lass das jetzt einfach mal offen So, Leute, wünschen mir Glück Ich will unbedingt die AK-47 haben Oh, shit, das ist das erste Mal, dass ich hier jetzt so ein Trade-Up mache Scheiß drauf Gebt mir die fucking AK Bitte, Mann Scheiße, Alter, warum hab ich das getan? Warum hab ich das getan? Yes! Leute, wir haben sie Wir haben sie Lol Alter, wie geil ist das denn, bitte? Holy shit Holy shit, endlich hat mal was funktioniert Leute, guckt euch sie Guckt euch diese geile Waffe an Holy shit, haben wir jetzt einfach mal locker 12 Euro plus gemacht Heftig Mega nice Hätte nicht gedacht, dass das echt funktioniert Und ja Ich würde sagen, ich kann jetzt froh schlafen gehen Weil es ist schon ziemlich spät Und ja Ich freu mich einfach nur mega, dass ich auch mal Glück hatte bei CSGO Ja, ich würde sagen Danke fürs Zusehen Wir sehen uns das nächste Mal Bis dann Ciao, Leute Ciao, Leute Ciao, Leute Bonjour Vielen Dank.